Ich mach schon wieder! Ja, ich auch. Bin schon wieder voll dabei hier. Fast geil. Äh, wir werden immer noch beschossen. Ich sollte nicht auf die Insel gehen. Ich schau mal auf die Insel kurz nur. Warte, warte, geh du in die Kanone, ich lass dich hoch auf die Insel fliegen. Dann kommst du weiter. Okay, komm. Okay, die haben uns schon erwischt, aber egal. Ja, genau! Ja, ja, ja! Oh, die haben schon wieder unser Lenker zerlegt. Ich glaub, du tötest mich hiermit. Oh, ne, hab's überlebt. Ich glaub, wir müssen hier weg. Hey, da ist wer, da ist wer am Steg. Ja, fahr näher ran an die Insel. Nein, es brennt, es brennt! Schaffst du's? Ich weiß es nicht. Wo ist mein Eimer, wo ist mein fucking Eimer? Hier ist mein Eimer. Ich hab hier grad den wilden Henry, Alter. Ich schaff's, glaub ich, nicht allein, nee. Wir schießen in einer Natur jetzt. Wir hätten nichts anhalten dürfen. Scheiße. Okay, ich muss schauen, dass wir zumindest... Wenn du ganz nah an die Insel rankommst, dann schießen die nicht mehr, glaub ich. Weil so nah kommen die nicht an die Insel. Die fahren ja um die Insel rum. Es sind doch zig Boote um die Insel rum, Zocki. Scheiße. Komm mal, die da, die an die Insel rankommen. Scheiße. Reparier den Shit. Du gehst unter. Alter, warum dauert der Scheiße? Reparieren! Reparieren! Was machst du? Wo gehst du hin? Betsy? Ja, dass die mich nicht mehr erwischen. Du Arschloch! Ich probier gerade allein unser Schiff von Stand zu halten und er sagt, du Arschloch. Fuck! 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 Ich geh runter! Ja, dann geh nicht, dann schwimm doch nicht, fahr doch nicht weg von mir. Ich schwimm den ganzen Tief dann unterm Schiff hinterher. Ich hab kein Holz mehr, wir gehen voll unter. Oh Gott, wollen wir mal warten, Betsy! Oh Gott, ich bin schmied tief unter Wasser. Ich geh runter! Zocki! Ich muss dir... Rett helfen, bitte! Ich tu, was ich kann, Betsy. Ich tu, was ich kann. Kann ich reparieren? Ja, natürlich! Ich tu das Wasser raus, so gut wie es geht. Okay, ich hab kein fucking Holz mehr. Warte mal, haben wir noch Holz? Ja, wir haben noch Holz. Oh, das haben wir viele Löcher. Ich glaub, wir haben uns da ein bisschen zu viel vorgenommen. Ja, aber wir wären ja nicht stärker in dem Spiel, oder? Nein! Geisel, das heißt, wir müssen das irgendwie schaffen. Ja, ist eh machbar, weil du brauchst eigentlich, glaub ich, nur zwei, drei Teilfer auf so einen Geisterschieber. Alter! Da hat er mal mitgeben jetzt. Mir auch! Oh, wir haben ja so viele Löcher! Ich komm nicht mehr nach. Ich komm nicht mehr nach. Hier ist wieder ein zu. Muss ich dir zu machen. Ich glaube das nächste Mal lade ich unser Holzpfass wieder mal aus. Das dauert ja schon 5 Tage oder so. Ja das ist aber, wir haben nicht. Wir brauchen ja auch Holz. Aber für jeden Loch was ich zu mache, macht er 3 Neuen. Komm an, komm an, komm an, komm an. Also ich hab keine Kugel mehr. Oh, der muss take me fast. Oh no, wir sinken, wir sinken. Ich komm hier nicht mehr hinterher allein. Wir brennen jetzt auch noch. Oh gut, ich hab noch 5 Holz. Wo ist der noch, wo ist der noch, wo ist der noch, wo ist der noch, wo ist der noch. Also unten habe ich jetzt alles. Du. Okay, wir brennen irgendwo. Dein Fleisch. Dein Fisch. Ich hab schon Fleisch drauf. Nein, der brennt nicht. Ich hab ja keinen gemacht. Wie kann ich denn das, ich will die Leiter nicht nehmen, wie kann ich denn den Masten reparieren hier? Warte mal, die müssen wir glaube ich wieder hochziehen. Ah ok, hier ist. Hör einfach mal, die waren das. Irgendwo musste man... Ja genau. Oh, hinter uns. Nicht loslassen! Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Okay, dann darf ich mich hochziehen und du schauen... Ich helf dir, dann geht's schneller. Jetzt wird von denen ein Single. Die Masten hängen, ich müsse nur wieder... Wasser raus, Wasser raus, Wasser raus. Das Wasser muss raus, Bessi. Das Wasser muss raus. Wasser muss raus. Ja, ja, ich bin dabei. Scheiße! Aber... Da kommt der Bär rein, wie das wir wegkriegen, die Löcher. Ich hol mir mal ein bisschen Wasser raus, dann kann ich reparieren gehen. Wir haben so kritisch hier irgendwie. Mich wundert, dass wir überhaupt noch leben, ganz ehrlich. Boah, da sind so viele Löcher, so viel Holz hab ich nicht. Äh, in der Kiste, Lagerkiste. Wasser raus, Bessi, kannst du das noch? Ja, doch, ist aber nicht mehr lange. Wir sind... Ich kann nicht so viel Wasser raus, wie wir sinken. Boah. Wasser muss raus, Wasser muss raus. Ich krieg das Wasser gleich wieder raus. Wo ist die Lagerkiste? Ganz vorne beim Kartentisch. Ohhhh. Kartentisch rechts. Ohhhh. Lagerkiste öffnen. Dreimal Holz nur noch. Das ist ja mies. Das ist auch das... Oh, wir sind schon unter Wasser, wenn ich hier runter geh. Egal, warte. Ich stopf die letzten zwei Löcher. Jetzt musst du raus. Gas geben. Das sind die letzten zwei. Da gibt es hinten noch genug. Aber gib Gas, damit ich noch... Ohhhh. Scheiße. Äh, wir werden schon wieder vom Schub angegriffen. Ich hab kein Holz mehr. Das war's mit Holz. Ich hab doch welches. Wenn du weiter schaffst, kann ich weiter reparieren. Okay, okay, okay. Und dann Anker hoch. Und wir segeln direkt auf die Insel zu. Oh, Scheiße. Wir haben ihn weggelassen. Haben wir nochmal irgendwo ein Loch? Ja, hier. Das war jetzt mein letztes Holz, glaub ich. Okay, ich glaub das war's aber erstmal mit den Löchern. Okay, Anker hoch, Anker hoch, Anker hoch. Äh, nicht wieder runterfallen. Das ist... Das ist im Arsch. Ist im Arsch. Müssen wir reparieren. Oder? Nee. Komm, Anker hoch. Ja, du reparierst, okay. Gleich zur Insel einfach. Wir preschen auf die Insel. Weil ich glaube, wenn wir nah genug dran sind, dann können die uns nicht treffen. Das ist meine Vermutung. Scheiße, wir haben leider den hier nicht repariert. Aber okay, der muss muss halten. Naja, gib dich glücklich vollen Speed. Nein, der Rest, der spricht zusammen! Schass drauf, Schass drauf, ich mach das. Schass drauf, ich mach das. Ich probier, dass wir da in die Bucht fahren. Kannst du uns vor das Regeln des Hegel einholen? Bei... Wir haben hier. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Abholz. Okay. Und ne Banane. Okay, wir... Okay, wir sind aber jetzt an der Insel. Aber ich glaub, die schießen immer noch auf uns. Ich hab aber nur ein Holz. Die schießen immer noch auf uns. Deine Taktik ist, glaub ich, falsch. Ja, aber nur die, was nah dran sind. Die müssen wir loswerden. Okay, warte mal, gibt's hier noch mehr Holz? Ein Holz hab ich. Weil es gibt welche, die fahren nah an der Inselrand. Und welche, die sind weiter weg. Holz. Einmal Holz nur. Warum nur einmal immer? Zweimal Holz. Fuck. Wir brauchen uns Holz. Ich hab dreimal Holz. Ja komm, schnell. Wir haben uns richtig häflich erwischt. Erwischt mich. Oh Gott. Ah nein, 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 nein. Ich glaube. Ich glaube, wir hätten da eine andere Taktik anwenden sollen. Wir müssen das Schiff drehen und nie wegballern, die wir so nah dran sind. Ich glaub, unser Schiff sinkt davor. Aua. Oh, ich brenn. Oh, oh, wir sind gleich unter Wasser. Ja, ich kann nichts mehr machen. Das Schiff können wir aufgeben. Rauf auf die Insel. Und was haben wir dann? Nichts mehr. Das Schiff ist weg. Das Schiff ist weg. Das kriegst du nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Ich kämpfe vom Schiff. Kannst du vergessen. Oh Gott, nein. Ich geh unter mit dem Schiff. Wie ein richtiger Käpt'n. Wo der Käpt'n sitzt. Nein, unser schönes Schiff. Das war's mit den Abenteuern. Aber es war, glaub ich, nur die Aschekiste drauf, oder? Ja, aber ich schaff die da ja doch irgendwo herumschwintern. Oh, dein Affe hat's geschafft. Äh. Nein! Käpt'n, du, hat's nicht geschafft. Doch. Käpt'n, du. Oh, hier ist schon das erste Bildchen. Ach, da sind unsere Kisten. Äh, soll ich mal besser mit reingehen und doch ein bisschen was versuchen zu retten? Naja, ich hol da mal die Aschekiste, äh, und du sie, du sie, du sie irgendwo am Strand platzieren. Und wo würde uns jetzt der Meer irgendwann hinbeamen? Ja, zum Schiff. Ja, die Obstkiste möchte ich nicht ausgeben. Ja, aber wir haben doch kein Schiff mehr, oder? Ja, aber da gibt's dann einfach eins. Okay. Unsers oder kriegen wir dann neues? Nein, unsers. Äh, willst du nicht noch die letzte Kiste da rausholen? Hier ist zumindest jetzt schon mal jede Menge Essen drin. Ah, da war ich zu schnell. Ja, aber irgendwie fühlt sich das echt an. Was? Wir haben jetzt bis aufs Blut um unser Boot gekämpft und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass man ohne Boot weiterkommt. Ah, die Kiste mit Zucker, die hätte man bestimmt noch verkaufen können. Ja. Dammt! Aber okay, okay, okay. Aber Munition ist ein bisschen kritisch dann. Ja, vielleicht gibt's ne Munitionskiste irgendwo. Naja. Ich bin gerade angefangen! Was willst du denn? Wir haben doch nichts mehr. Kommst du mit, Merci, oder? Ach, du gehst da lang, ich dachte mir. Okay, dann geh halt woanders lang, wie du willst. Ja, aber nicht, dass du zu dem Rätsel kommst. Wir müssten, glaube ich, sowieso tanken auf deinem Ort. Ah, warte mal! An die gemeldete Endless Blizzard fernab von Regen führt ein Lied dich zu deinem Segen. Das ist gekommen, seitdem wir auf der Insel sind. Oh, da ist ein Beiboot. Und da ist ne Schatzkiste. Ja, aber das ist... Wir warten jetzt, also wir brauchen... Oder willst du alles sammeln am Strand? Das Problem ist... Er redet nicht mit mir. Nein, das Problem ist, wenn die Meerjungfrau... Da ist ne Lagerkiste übrigens. Ja. Die Meerjungfrau, wenn du jetzt da... Dich beamen willst, er nimmt deinen Schatz nicht mit. Das heißt, nur einer von uns kann sich beamen, muss dann mit dem Schiff herkommen. Ja, ja, das ist mir schon klar. Und den anderen abholen. Ist mir schon die ganze Zeit so bewusst, wo bin ich... Ah! Da ist Schlange, Alter. Aber ich platziere halt auf jeden Fall einmal... Diese Schatzkiste, die ich jetzt gefunden habe, auch noch bei den anderen. Und da liegt irgendwas im... Im... Am Boden? Ah, was zum Essen. In irgendeiner Höhle gelandet. Wart auf mich, wenn du das Riesel schon hast. Ne, das ist noch nicht das Riesel. Und wir müssen jetzt erst mal ein Gemälde finden. Braverie. I call it stupidity. Nein, da wird schon kein anderer kommen. Keiner tut sich das an, glaube ich. Freiwillig, so wie wir. Aber was ich gefunden habe... Ja, geilo! Ja, vielleicht schon... Haben das hier schon Leute, aber die sind halt klüger vorgegangen, wie wir. Na ja. Ja, wir haben das zum ersten Mal gemacht. Was soll man machen? So, wo bist denn du hingangen? Ich weiß nicht, da konnte ich in irgendeine Höhle reinspringen. Okay. Jetzt brauche ich dich, sonst komme ich zum Fährmann. Ja. Bist du mich? Was ist denn passiert? Ich habe auf eine Kiste geschossen. Kann immer nicht einschätzen, wie lange diese Explosion geht. Okay, ich komme zum Fährmann. Ich hoffe, ich komme bei der Info auch raus. Das wäre übelst geil. Das wäre auch so. Das ist auch so. Ich glaube, was ich denke. Was ich denke. Was ich glaube. Was ich denke. Was ich weiß. Alles scheiße. Okay, was... Oh nein. Wem zeig ich es denn? Auf dem Gemälde in dieser Art? Äh... Ne. Führt ein Lied dich zum Segen. Gemälde? Was für ein Gemälde? Hier. Ich habe es. Ich glaube, ich habe es. Wo bist denn du? Ich komme jetzt gerade wieder. Weil ich muss ja immer warten, bis die Tür... Wow. Okay, das hätte ich nicht tun sollen. Was denn? Jetzt hat sich irgendwas... Ich bin auf der Insel. Du bist auf der Insel. Nein, nein. Warte mal. Wo bin ich denn jetzt? Es ist ein Schiff hier. Es ist unser Schiff da. Okay, dann bist du auf einer anderen Insel. Ja, okay. Warte mal. Dann muss ich nur schauen, wo du jetzt bist. Und kann zu dir segeln. Ich bin glaube ich bei irgendeinem Außenposten. Bitte überlebe jetzt. Ne, ich bin bei keinem Außenposten. Weil hier Schlangen sind. Ähm. Bitte überlebe. Ja, ich weiß nicht, was ich gerade getan habe. Scheiße. Aber dann muss ich ja auch wieder durch die Totenköpfe durch. Ja, aber da... Da bleibst du einfach nicht stehen. Weil wir haben einen Anker rausgehauen und haben auf dich geschossen. Ja, jetzt muss ich nur schauen, dass ich richtig segel. Aber wir haben jetzt wieder Proviante. Oh oh. Skelettos. Warte mal. Wie weit muss ich denn runter, dass es da steht? Okay. Warte mal. Thief's Heaven? War das nicht in der Nähe von Thief's Heaven? Ah, da. Guck's Hollow. Da hab ich's. Ich bin aber ein gutes Stück weg. Okay. Warte mal. Ich muss ein gutes Stück segeln. Ich muss einfach nur Richtung Totenkopf segeln. Ja. Warte mal. Das war ja nicht richtig jetzt, oder? Ja, ich kann ihn sehen. Ich kann ihn den Arsch. Ja, und wo geh ich da jetzt hin? Da ist ja noch eine Insel, sogar wo einen Totenkopf leuchten in der Insel ist. Oh, da oben ist noch eine Höhle. Oh, aber ich glaub, der Wind ist gut. Och, Äffchen, du hast mich jetzt aber erschreckt. Los geht's Richtung Zocki. Die Fahrt geht los. Es sind alle drauf. Ah, los geht's los. Oh, was haben wir denn hier? Eine Brücke. Und dann ist hier nix, oder wie? Und Kathmandu ist auch bei mir. Achso, warte mal. Ich hätt' vielleicht das Ding rausholen sollen hier. Hast du das Gemälde übrigens gefunden, oder? Osten. Nach dem... ...Laterne suchst du nach Reichtum. Denk es gerne. Der Wächter zur See gehen. Osten verlangt nach dem Licht der Laterne. Ey, halt mal, wenn ich rede. Der redet die ganze Zeit mit mir. Der macht mir Angst. Ich hätt' das... Ja, ich hab' das Gemälde gefunden. Aber ich hätt' das Rätsel zuerst anschauen müssen. Jetzt bin ich irgendwo hingerannt. Wo ist die Schlange? Au! Ich hab' mich erwischt. Ah, so komm' ich an Wind. Die blöde Schlange hat mich erwischt. Rufen sie die Feuerwehr? Ja. Ah, das ist allein gar nicht so leicht. War immer am Boot. So, ich bin wieder Richtung Totenkopf unterwegs. Oh ja, jetzt bekomm' ich gut Wind. So muss ich jetzt wieder zum Gemälde... Ah, ich seh' die Schlange nicht, die mich da und anspuckt. Ich hoffe, ich komme diesmal mit Boot an. Die Frage ist nur, wo halte ich an der Insel? Weil die haben ja überall hingeschossen. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, ich hör' glaub' ich ein Seemonster. Was wär' natürlich jetzt übertrieben? Geil. Nein, nicht den runden Fisch. Ah, jetzt hab' ich meinen Fisch ja auch verloren, oder? Nee, hab' ich nein, nein, nein. Ja. So, ich glaub' ich muss wieder zu den Gemälde. Ich bin schon mal an Cook's Masted angekommen. Äh, Crooked Masted. Okay. Und der Wind aber scheiße. Oh, was ist denn das hier? Kann ich da auch was spielen? Nee, das ist einfach nichts. Weißt du das? Ja. Ja, das geht jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht treiben. Oh, Skeletto. Echt? Mann, wieso kommt der Wind jetzt so von der Seite, dass er nicht mal das Segel erwischt? Aber ich seh' schon... Äh, die Bühnerflasche ist voll. Das kann gar nichts sagen. Ja, okay, ich hab' ein bisschen Flaschen hängen. Nee, ich glaub' ich bin noch sehr weit von dem Totenschädel weg. Mal, wie sieht's denn auf der Map aus? Oh ne, ich bin gar nicht mehr so weit weg. Ich seh' die Insel schon, ich seh' schon das erste Geister Schiff, Zocki. Okay. Oh, warte mal, das hätt' ich probieren können und nicht vollhonken. Jetzt muss ich da wieder hin. Ich bin grad überlegen, ob ich vielleicht die Kanonen nachlade. Weil beim Vorbeifahren könnte ich ja rein theoretisch aufhandschießen, ne? Warte, ich versuch' das mal wieder. Und da kann ich nicht einfach die in die Hand nehmen, ja, ja. Oh, ich seh' deinen Namen schon. Oh, ich dann auch. So, alle Kanonen sind geladen. Wo war denn das? Da oben? Nein, wo war denn das? Noch mehr nach rechts, was? Oh, ich hab grad' schönen Wind, oder? Ich muss gucken. Weil, was ist denn los? Eine Sorge, Katmandu, wir machen das. Ach so, das ist wegen dem Geisterkopf hier, okay. So, jetzt mal kurz gucken, ob ich das hinkrieg. Jetzt muss ich den Vers aufhören, wenn ich den richtig in den Wind hätte, ne? Ah, das hat nicht bezogen, schade. Lajajajajajaja, vollgas mit dem Wind hier. Jetzt, ihr Geisterschiffe, jetzt komm ich aber, jetzt komm ich aber hier drin. Halt' ich Schnauze. Kopf im Himmel. Da sind keine Kugeln drin, das ist aber gar nicht. Jetzt kommt der Wind auf einmal von vorn. Der kam doch grad so schön vonseitig. Okay. Naja, ich les' das gar nicht. Okay, die Schiffe gehen in meine Richtung. Ja, ich schicke von oben auf sie. Aber dann müssen sie erst näher ran. Weil, wie viele Kugeln habe ich noch? Fünf. Siehst du unser Schiff schon? Ja, ich sehe... Pink Pearl? Pink Pearl. Pearl of Love. So, ich fahr halt wieder besser nicht in diesen Hafen rein, wo ich gerade eben war. Ich probier jetzt mal hinter die Insel zu fahren. Boah, da kommt ein Boot direkt auf mich zu. Oh fuck, die schießen schon. Ah, ich brenne schon. Ich kann hier keinen Eimer auswählen, what the fuck? Ich muss an Wasser. Nein, nicht vom Schiff runter! Nein! Meerjungmann! Nein, jetzt schwimmt das Boot im Kreis. Was hast du... Was hast du gemacht? Ich bin vom Boot gefallen, weil ich Wasser holen wollte, weil's Boot brennen! Jetzt schwimmt's im Kreis! Noch Meerjungmann, wo ist einer? Wart weg! Aber das ist es. Das ist der Trick. Ablenkungsmanöver. Sie schießen aufs Boot. Es ist weg. Es sinkt gerade eben. Vergiss es. Oh, jetzt kommt der Meerjungmann nämlich. Okay, dann komm ich mal zur Insel. Pade, ich dachte... Du kommst da aber nicht durch! Das ist so schnell im Arsch! Ja, es sinkt! Du musst da echt peu à peu ein Boot nach dem anderen wegballern. Sonst kommst du, sonst geht es nicht. Aber was bringt uns das auf der Insel ohne Boot? Ja, einer muss holen. Ja, dann kann ich gleich wieder mich eigentlich... Nein, du über... Ich hab jetzt einen Teil des Rätsels gemacht, du machst den nächsten Teil. Okay. Ich hol das Boot einfach. Damit will er einfach sagen, er ist besser wie ich. Nein, das nicht, aber ich fand's langweilig auf der Insel. Jetzt bist du dran, dich zu langweilen. Okay, ich hätte dem Rätsel nachgehen sollen vielleicht, okay? Aber ich hab mich halt umgucken müssen. Wo muss ich denn hin bei dem Rätsel? Einmal in die Höhle. Nein, guck einmal in die Höhle rein. Warte mal, ich kann hier über den Wasser fallen, glaube ich gleich in die Höhle. Und da in der Mitte ist irgendwie dieses... Wie heißt das? Dieses Gemälde. Dieses Lizard-Gemälde oder was das war. Und da hab ich die Musik abgespielt, ne? Welche Musik? Ja, Gitarre einfach oder so. Und das war richtig? Ja, jetzt guck einfach mit Q und Leertaste. Das nächste Rätsel an. Der Wächter zur See den Osten verlangt nach dem Licht der Laterne. Suchst du nach Reichtum? So schenke es gerne. Warte mal, jetzt brauch ich meinen Kompasch. Wo ist denn Osten? Wo ist denn der Kompasch? Da ist Osten. Was Osten? Da muss ich wahrscheinlich eins hoch. Oh, gut. Du hast du was erhalten wieder. Jo. Ich bin so schlecht mit der Waffe in dem Spiel zu zielen. Auf Weite. Durch fehlendes Fadenkreuz. Auf Weite. Hoppala. Wo ist denn der Kopf? Hinter mir. Oh, da scheint aber nicht weit weg zu sein. Okay, dann hast du diesmal Glück. Oh, da hängen ja Totenschädel von der Band. Hey, Moment mal. Ob ich eigentlich so war? Ich bin jetzt da. Big Solo oder so ähnlich. Nein, nein, nein. Ich meine ich. Achso. Warte mal. Durch die Leiter bin ich hier vorne reingesprungen. Auf den Kompass. Mit dem Kompass schaffe ich das nicht. Ich muss hier schauen, ob es was bewirkt hat, dass ich das Ding kaputt geschossen habe. Aber ich glaube nicht, ne? Ich muss ja eh eine Skulptur finden. Das verstehe. Ah ja, gut kaputt man, du. Und jetzt nur gen Osten. So, wo soll jetzt hier im Osten... Skulptur sein? Wir sind... Kann ich da oben irgendwo, hm? Erstmal... Ah, ihr scheiß Totenkopfvieh hierher. Okay, ich glaube ich brauche gar nicht allzu lange. Du musst es erstmal auf die Insel aus schaffen. Glaubst du, du seist beinahe würdig? Ja, dann zeig mich doch mal. Dann zeig ich dir, wie ich würdig bin. Koksacker, wir kommen! Der Wächter zu zieh gehen Osten. Ja, aber der Wächter, weiß ich es nicht. Gibt's ne Statue? Ne, eben nicht. Vielleicht ist der Wächter auch ein Gemälde? Habe ich mir auch schon überlegt. Es gibt ein Gemäldes aus meinem Stern. War das einfach so ein Wandgemälde, oder? Ja, ja, genau. Alter, da ist eins mit nem... Aber das ist halt nicht wirklich der Osten. Alter, wär eins mit nem... Ah, sag schon Krebs? Wo die Leute drumherum stehen und die da anbeten. Ja, scheint doch der Wächter zu sein. Aber ein Holz hätte ich. Okay. Leuchte ihn mit deiner... Oder wie war das? Nach dem Licht der Laterne suchst du reich, du beschenke es gerne. Wenn ich jetzt hier mit der Laterne nur hingehe, passiert nix. Du musst aber... Du musst aber ähm... Ding drücken. Rechte Maustaste. Ja, genau. Ist mir schon klar. Aber... Meint er damit, ich muss vielleicht das Feuer da anzünden bei ihm? Geht das? Lagerfeuer? Ah, egal wie. Geh einfach mit der Laterne herum. Durch die ganze Insel, den äh... Dingsen, ne? Ja, ich will das schon logisch lösen. Logik schmuggig, Alter. Was soll das? Ich will den Wächter finden. Das muss ja logisch sein mit dem Wächter. Haben wenigstens... Äh, hast du irgendwie gemerkt, dass du das Rätsel gelöst hast? Es hat aufgeleuchtet und bumm... Okay. Versuch jetzt weiter... Ah, Ost ist hier, wo ich stehe! Er redet, weil ich grad kommt. Achso, okay. Bin ich mal gespannt, ob du ruhig kunst. Na ja, ich seh' nicht, wie ich ihn weiß. Äh... Na, warte mal! Ich seh' ihn! Mit Fährenrohr seh' ich ihn! Bin da durch die zwei... Bäume, äh... Bäume, genau. Berge wollte ich da durch. Jetzt nicht mehr. Stein... Dinge. Felsformationen. Mensch, Bärz, du bist echt dumm. Und dumm zum Reden. Gut, dass mir der Zock hier auch nicht widerspricht. Es gibt ein bisschen Konzentration hier, okay? Okay. Okay. Irgendwelches Gefühl, da muss wirklich so ne Abrechner sein. Wie ich jetzt die Kanonen auf einmal losgehe. Oh oh. Da unten der Wächter vielleicht. Wo kommt das für Geräusche, Alter? Wie sieht's denn aus beim Schiff? Sie schaut nicht gut aus. Gar nicht so leicht, gell? Aber, 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 ich werde von jetzt angegriffen. Wow! Boah, ihr Schweine! Vorhin hinten, ihr scheiß Wichser, wenn ich im Gespräch bin. Jetzt kommt ihr euch ganz mutig vor, ne? Boah, Alter, warum ziehen denn die Leute hier so viel ab? Oh, fuck! Ich höre den Scheiß nicht, Alter. Oh, da von ganz weit hinten schießen die auf mich, das ist ja heftig. Okay, wir werden das Schiff wieder verlieren. Ja, ich brauch's gar nicht mehr versuchen. Ja, nee, ich brauch's gar nicht mehr versuchen. Dann komm hierher. Wir müssen... Ach, scheiße, zusammenholen geht ja nicht. Ja, ich glaub schon, dass wir's zusammenholen könnten. Ja, ja, schon, aber ich mein, dann sind halt die Sachen weg und das wollen wir ja nicht. Oh, nein! Oh, scheiße, mein Fisch war noch auf der Platte. Ach, hier war eine leere Schatztruhe. Die Taktik war auch falsch. Hier ist auch kein Wächter. Woll, wenn ich in den Osten laufe, ist nix. Ich weiß halt auch nicht, meint er in der Höhle, meint er außer halt. Hier geht mir so zu seinem Gelaber mittlerweile ziemlich auf die Nüsse, ja? Hm... Keinem Plan. Irgendwie den Kompass folgen ist für den Hugo. Oh, das bist du! Wolltest du mich schon schlagen? Ne, ich dachte jetzt, wenn ich was gehört hab und dachte, kommen jetzt die scheiß Totenschädel viel schon wieder her und dann warst du das. Du schon was gefunden? Auch nicht, ne? Ja, ich hab einen Totenkopfhund mit einem Schlüsselsymbol auf der Stirn. Da brauchen wir jetzt erstmal den Wächter gen Osten. Da hab ich das Gefühl, ich muss hoch. Ich hab irgendwie das Gefühl, ein Wächter ist erhöht platziert. Wo ich hingehe, ist falsch. Warte mal, das ist, das schaut mir... Oh, Skelett, das kann man... Das sieht mir aus wie ein Eingang. Warte mal, hier ist ein Feuer auf... Oh, Frank, er hat nen Fass! ...Bügel. Was macht denn der so ein Fass auf? Ich kenn immer noch halt, obwohl's tagsüber ist, mit der scheiß Laterne durch die Gegend. Gut zur Hölle ist dieser Wächter. Gut zur Hölle ist dieser Wächter! Gut, Fallschaden? Oh, jetzt rennt mir der da in die Sicht an. Was sind diese Spezialkugeln? Es muss irgendwas sein, was auf die See schaut. Genau, und wenn ich jetzt aber das nehme, sind wir jetzt schon fast im Osten. Hier wäre Osten in die Richtung. Mhm. 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 Es muss ja sowas geben, was zumindest so aussieht. Mhm. Warte mal. Ich glaube, wir müssen ganz hoch. Ich war schon ganz oben. Bei dem Feuer warst du ganz oben? Mhm. Mhm. Und hast du das Feuer in deine Laterne rein da? Wo soll ich das Feuer in meine Laterne rein tun? Laterne hinhalten und dann Feuer nehmen. Da ist Wächter. Er braucht doch unser Licht, nicht mehr seins. Ja, aber vielleicht mit dem Licht. Glaub ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wenn die nicht brennen würde, hätte ich das gedacht. Ja, aber sie brennt ja da oben. Okay, ich weiß nicht mehr, wie es hoch geht und ich renne ihm hinterher. Warte mal. Der guckt Richtung Süden, der scheiß Felden. Nach Süden, wir brauchen aber was, was nach Osten. Baut, oder? Ja, und das habe ich gefunden und das ist wie ein Eingang. Und das wird sich damit ein bisschen öffnen. Schlüssel zum Aufschließen? Hattest du nicht einen Schlüssel? Nein, einen Totenkopf. Ja, was? Schlüssel zum Aufschließen. Den müssen wir finden wahrscheinlich. Ja, es hängt, es hing hier einen Totenkopf, der hat einen Schlüssel auf der Stirn gehabt. Aber den konnte ich nicht einsammeln. Achso, ja, den habe ich schon gesehen, den habe ich schon gesehen, ja. Vielleicht schalten wir den erst irgendwie frei. Oh, wir werden vom Skeletto verfolgt. Ich erwarte schon mehr die Reinstanz. Vielleicht können wir das Rätsel erst lösen, wenn wir die Schiffe weg haben und alles und der uns nicht mehr beobachtet. Nein, nein. Das hat, glaube ich, mit dem nichts zu tun. Hm. Ich schau mal zur Laterne da, also dieser Fackel hoch. Mach mal. Ich geh dann weiter mit meiner Laterne durch die Gegend. Ach, da ist doch nichts. Ah, was haben wir hier? Okay, da will der Henry, der bringt schon gar nichts. Flotte, Teil 2 lesen, Optionen, ja, ich glaube, das wird es nicht sein. Flammende Flotte. Schatz entdeckt, lockt, aktualisiert. Du hast es entdeckt? Ja. Okay. Ich dachte schon, ich hätte jetzt aus Versehen... Ich hatte nur ein Ex-Pretion fast in der Hand. Ja, dann habe ich es entdeckt. Ah, der Skelett verfolgt sich immer noch. Ich will das fucking Rätsel jetzt lösen. Ja. Dann kommen wir auch nicht mehr hoch, irgendwie. Bist du die ganze Zeit? Ja. Was treffe ich denn nicht mehr? Jedes Mal denke ich, es rennt was hinter mir her, dabei ist es mein eigenes Katzenvieh. Ja, dann sehe ich irgendwas, was hittet ihr hier, rennt. Und, habe ich trocken? Nein, so weit gehen die glaube ich gar nicht. Immer noch Totenköpfe. Ich will doch nur wissen, wo dieser fucking Bächle ist. Warum verstehen wir dieses verkackte Rätsel eigentlich nicht? Weiß es auch nicht. Der Wächter zur See. Wenn ich doch mal voll in volle Richtung aus dem Licht der Laterne suche nach Reichtum. Der Wächter zur See. Ja, wo soll der stehen? Hier, immer wenn ich hier entlang laufe, kommen Skelette. Das hat doch was zu bedeuten. Nein, ich glaube die kommen einfach so, random. Aber die gehen mir vielleicht auf den Sack mittlerweile, die Skelette. Aua, man, warum geben die immer so gut mit? Ich hätt in das Spiel gehofft. Man merkt mal, dass man etwas stärker wird. Hier ist wieder das Licht. Hatschi, bitte sag mir was zu tun ist. Ich hab das gelesen und dachte, easy, ich suche eine Statue, die schaut jetzt Richtung Meer und da hält man das Licht hin. Ja. Hab ich mal auch das, ja. Name von Leuchtfeuer kann nicht genommen werden. Ja, ja, weil das ist normales Feuer. Es gibt ja auch so andere Farben, darum habe ich gedacht, eventuell, das könnte was sein. Langsam bin ich echt... Ja, aber wenn es ein Rätsel ist, muss doch ein richtig guter Schatz sein, oder nicht? Ja, aber man muss das Rätsel... Bist du vielleicht der Wächter? Ja, aber leuchte mir in meine Rosette, sonst sage ich... Du, ich höre ich dich. Meinte ja nicht dich, meinte diese... Leuchte mir trotzdem. Da kommt schon wieder ein Scheiß-Skelett. Oh, der will mich erschießen. Wie, die immer noch auf mich zu schießen, die Geister-Schüsse? Hey, Geister-Schiff wurde versenkt. Hast du das? Nein. Lies jemand auf die Geister-Schiffe? Ich höre Schüsse. Ja, Schüsse. Sind das andere Spieler vielleicht? Das sind andere Spieler, die kämpfen dagegen. Die waren durch und versenken ein Geister-Schiff nach dem nächsten. Ja, du musstest hier nur dreimal treffen, du warst wie zu blöd dafür. Ja, aber die machen es, glaube ich, jetzt richtig und können wahrscheinlich dann auch das Rätsel richtig lösen. Ich glaube, dass du die echt alle versenken musst und dann gegen ihn kämpfen musst und dann... Nein, ich glaube, ich... Warte mal. Ich will doch mal... Waren das echt gut? Besten. Und das Problem ist, wenn die jetzt hier landen, die haben ein Schiff. Ja, mal schauen auf dieser Schafen. Nein! Dieser Scheiß-Skelett hat mich bergrunter geschmissen. Alter, die machen ein Geister-Schiff noch am nächsten Glatt. Ja, aber die sind nicht gerade aus. Das ist straight-quaren, die... Ja, ich weiß nicht, man... Scheiß-Skelett, ich höre es doch schon wieder. Ja, eigentlich so eine Karte einstecken, um zu sehen, wo wir sind, nee, gell? Ich glaube, jetzt haben sie ein richtiges Problem da draußen aus mir. Oh, ich habe hier einen Käpt'n. Hier ist ein Käpt'n. Was bist du? So, mein Name. Nee, dein Name nicht. Unten bin ich. Nein, scheiße, der Typ hat ein Fass. Ich komme, ich schnapp dir den Typ mit dem Fass. Aber warte, wenn ich durchschieße, gehe ich wieder drauf. So dreck' ich das Fass nicht. Ich bin zu blöd zum Schießen. Ich brauche einen Fadenkreuz für so einen Scheiß. Ja, geil, getroffen und ich sterbe schon wieder halt. Das ist das Einzige, was ich hier erreiche, nicht hier. Mh, der Fisch kriegt gut lebt. Käpt'n tot. Gut. Die anderen Spiele jetzt abgehauen, oder kämpfen die noch? Mission erhalten. Guck mal nach, ob sich das Rätsel... Hat sich nichts verändert. Nee, wir haben es auch nicht geschafft. Ich habe jetzt nur geschaut, ob unsere Chats auch noch da sind. Ich habe das Gefühl, wir hätten den Füten bezwingen müssen. Nein, wenn wir das hätten, wäre nicht das nächste Rätsel schon gekommen. Wir lösen es einfach nur nicht, weil wir dumm sind. Hier sind nochmal Kopfgeld... Äh, nochmal Schädel. In der Schatztour. Tut die mal zu unserem anderen Schatz dazu. So, ich habe den Schädel platziert, da in der Kiste. Achso, ich habe den ja zum Schatz dazu getan. Ich habe schon ein bisschen einen rausgenommen. Äh, wir nehmen das Spy-Boot. Oder? Wohin? Alle Kisten aufs Spy-Boot. Und einer muss versuchen, mit dem Boot raus wegzufahren. Und der andere segelt mit dem großen Boot hinterher. Also kommt mit dem großen Boot den anderen abholen. Wo ist das Spy-Boot? Wir haben das Rätsel doch noch nicht. Ja, aber der Schatz... Ja, scheiß doch jetzt echt auf den Schopf, Alter. Ja, aber wenn die anderen Spieler kommen, oder sinken die gerade eben? Ich weiß nicht. Ich glaube, die sinken. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind schon weg, wenn ich ehrlich bin. Wo ist denn das Spy-Boot eigentlich überhaupt? Es ist ja eh beim anderen Schatz, das Spy-Boot. Ich komme mit dem Rätsel nicht klar. Ich komme mit dem fucking Rätsel nicht klar. Ja. Moment mal. Ist ja Lacherfell. das waren die eidechsen, das ist echt logisch alles gut Katze ich seh die anderen Spieler nicht mehr hier rumsegeln warte mal was ist das ich war geboren, um das Meer zu regeln die sind immer noch ich muss meine Taktiken ändern ich bin beim Boot ich dachte, dass das hier der scheiß Wächter wär von der Insel warte mal, da ist er noch auf, also die Zeit für die Spiele ist vorbei wie wir einfach keine Ahnung haben ja, am ehesten ist das für mich der Wächter hier das ist das Problem ey, diese fucking Rätsel zu lösen, ganz ehrlich gell, ich geh nicht bevor ich das nicht gelöst hab ich komm mir so lächerlich grad vor die kämpfen immer noch ja, ich hörs ne, ich sehs gerade ich bin jetzt grad da, wo sie kämpfen aber auf so ein Geisterschiff drauf, ne, gell? nein die halten sich echt gut, ey naja, wir haben das besser gemacht, was wir und es nervt das grad alle hier ich will jetzt endlich oh, so schön die da ist ein Geisterschiff weg ja, wir haben auch ein paar weggemacht oh, sehr wohl meine Katze steht am Strand und schaut dazu ein weiteres neue Wächter aber, hey, warte mal wenn die alle Geisterschiffe wegmachen ja ich hol unser Schiff dümm, ja, aber nicht wenn die die da noch sind weil, glaubst du, ich könnte mich während die Kämpfer auf denen ihr Schiff schleichen? du musst es zum sinken bringen, damit die woanders sind das ist wichtig ok oh, hier aschgrauer Hüter? hä? ich hab mir einen aschgrauen Hüter geil weiß ich nicht komm, mach zu was ist das denn hier und her hier? wie lang braucht denn der, wenn er stirbt? wo ist denn jetzt der Kopf? weiter, der hat einen super Angriff super super ich hab ihn oh geil, Kohle ja, wir haben schon wieder einen Schiff ah, warte mal, das liegt auf dem Brief noch mal ne Mission erhalten oder, mal ne Missionen ha, ha, ha aber gut aber warte mal, die Gegner stehen hier genau gegenüber von mir ach, warte, ich muss nach rechts ah, nach links ich hoffe, die haben mich jetzt nicht gesehen scheiße, die haben alte Schiffe weg fuck komm gleich hierher na, du hast oben auch eine Kanone oben auf irgendein Hügel ja, aber ob ich da jetzt rechtzeitig hinkomme na ja, die warte mal jetzt, ne, die kämpfen jetzt gerne einen Endgegner hä, schießt du schon oben von den Kanonen? was, nein, nein da ist einer auf der Insel vielleicht oder die Skelette schießen ne, die können glaube ich nicht die Kanonen benutzen, die wir nutzen doch weißt du, wie komm ich hoch auf die Schnelle die geht's grad voll ab, alter ich glaub, die haben jetzt grad nen Endkampf ich bin auf dem Weg schau mal, wer oben von den Kanonen schießt vielleicht sind's ja Spieler doch, mein Headset ist nur leer aber ich komme jetzt, ich komme ich will auf jeden Fall den Schatz mitnehmen hier ja, ich auch weißt du, wie komm ich jetzt auf die Schnelle zu den Kanonen hier oben, oder? fahren die doch den, 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 den doch, das sind echt die vier Letter an den Kanonen lang hier krass oh, oh, geh weg du Tüt mit dem Fass scheiße, der Wind ist, äh, ungünstig alter scheiße scheiße, iss, 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 iss scheiße, ich brauch Wasser da oh, was geht das ich koche Würmer ja, vielleicht werden sie dann gut oh, nein, 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 nein Ich fahre immer selber, wenn ich dieses fucking Fass an den Finger halte. Ich bin auf dem Weg, aber der Wind ist echt ungünstig. Weißt du was, ich riskier's jetzt bei denen. Aber ich seh schon, ich seh schon die geilsten Schiffe. Gut, ich probier jetzt bei den anderen Spielern aufs Schiff zu kommen. Hast du Granaten und so? Äh, eine Brandy und eine Explosionsgranate. Na gut, dann kannst du ja im Wasser, kannst du ja auch im Wasser... Ich glaube, das ist nur ein Mann Schiff. Das ist ein Ein-Mann-Schiff. Ja, macht mir nix. Warum ist das Blut allein? Der ist halt richtig gefahren, wir sind ja einfach straight auf die Insel. Du musst ja in den Kreis fahren. Macht der auch gerade, ja. Wo schießt denn der hin? Jetzt kommt der Wind von vorne, oder? Jetzt hab ich gegen Wind, das ist ja gar nicht geil. Jetzt regiert ja gar kein Speed mehr. Ich glaub, das war ziemlich blöd von mir, jetzt hier ins Wasser gesprungen zu sein. Oh, ich glaub, sie brennen, oder er brennt. Kommt nämlich jetzt an den Rand. Oh, der schwinnst in meine Richtung. Ich muss mal schnell unter Wasser gehen. Oh, wow, da ist eine richtige Flotte. Okay, das ist heftig. Ist der Typ nicht? Nee, die sind zwei. Ja, die sehen mich. Okay, mach zurück zur Insel. Hat keinen Sinn. Oder soll ich aufs Schiff kommen? Ohne den Schatz, ich würd das beibe... Oh, warte, ich seh die auch schon. Ja, nicht, dass die jetzt auf dich losgehen. Ich bin jetzt eh in der Bucht, wo unser Schatz schon steht. Ah, ich kann sie noch nicht anvisieren. Na, warum falle ich denn da immer runter? Die schießen auf mich. Ja, ich kann dir leider nicht helfen. Ja, ja, ich weiß. Oder? Ja, ja, die stehen jetzt nicht da. Oh, oh. Ah, Geisterschiffe. Das war's wohl mit mir, meine Damen und Herren. Was für ein Schmeid gerade? Hier, gibt eine Möglichkeit, gegen das... Ich will mich jetzt... Ich will jetzt endlich das fucking risslösen. Ich geh durch. es macht kein ziel das schiff singt das schiff singt schon ich war so schnell im arsch dann kommen wir wieder vielleicht wissen die noch ein paar geister schiffe dezimieren dass sie durch ich verlasse nicht mein schiff er bin ich jetzt gestorben weil ich noch im schiff drin war jetzt lebt es bei mir nur ich glaube er hat die geister schon für alle erledigt hier ist es ruhig wie komme ich denn hier hoch wir da ist wo ist der wächter kann doch nicht sein dass er sich so doof anstellt alter möchte sie sie genausten verlangt nach dem lichter der fähre das nicht überreicht und schenke es gerne ja würde ich ja gerne mehr jungen mann mehr jungen mann das wollen wir vielleicht den partner beenden zocki warte kurz ich 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 schwimme jetzt direkt auf das schiff also zum schiff den gegnern oder was ja ok weil wir sind nämlich schon wieder so weit drüber wirklich passiert ist nichts diesmal ja aber das hilft das haben sie vorhin auch schon ja aber sie haben schatztruhen fallen lassen ich habe von denen schatz oder kommt jetzt noch ein anderes schiff ich habe ein geister schatz und da kommt jetzt noch ein anderes schiff ach sie werden aber richtig böse ich glaube sie sinken äh was war das ein hei scheiße ein hei ist bei mir wie komme ich denn noch mal da oben zu dieser brücke die mehrere frau sind aber schön hinter mir gut habe ich gekillt da liegt noch der toten kopf von dem einem das habe ich wirklich können nicht mal zu unserem ding dazu zu unserem schatz wir haben schon wieder ein geist das ist das schiff versenkt die sind immer noch nicht tot ja das kann er gar nicht zahlen doch die sind oder es ist das zweite schiff die dann die sind die echt nicht tot hey ich habe wir haben so viele schätze die werden sonst alle weg genommen ich sage es hier hey mit viel glück wenn wir das bei boot nehmen mit viel glück schaffen wir vielleicht meine scheiß rätsel jetzt das rätsel können wir immer noch machen das läuft uns echt nicht davon aber die schätze würden wir verlieren wiegen aber nicht alle schätze aus bei boot oh ja kann es sein dass das irgendwie nicht weniger geisterschiffe wären nein kommen immer welche dazu schadenverkackter hei zwei jahre haben mich verfolgt hier aber ich habe doch mal Glück gehabt ich habe nichts zum essen die katze hat gerade die heihe angefangen ach da hinten war die munitionsküste genau bei dem aber ich würde sagen wir beenden den part jetzt oder ja macht's gut machen wir das ja dann halt rein Leute tschau 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 mausen